Die Reise nach Tilsit von Hermann Sudermann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Reise nach Tilsit – Eine litauische Geschichte Abschnitt 1 Wilwischken liegt am Haff. Ganz dicht am Haff liegt Wilwischken. Und wenn man von dem großen Wasser her in den Parve-Fluß einbiegen will, muss man so nah an den Häusern vorbei, daß man Lust bekommt, ihnen vom Kahn aus mit ein paar Zwiebeln – es können auch Gelbrüben sein – die Fenster einzuschmeißen. Um die schönen, blanken Fenster wäre es freilich schade, Denn Wilwischken ist ein sauberes Dorf und ein reiches Dorf. Seine Einwohner betreiben neben der Haff- und der Flußfischerei einträgliche Acker- und Gartenwirtschaft und die Zwiebeln von Wilwischken sind berühmt. Die stattlichste Wirtschaft von allen ist die, die an der Mündung der Parve gleichsam die scharfe Ecke bildet, und sie gehört dem Ansassbaldschuss. Der Ansassbaldschuss ist nicht etwa ein gewöhnlicher Fischer, der bei jedem Raubfang sein Teil einscharen muß und nie genug kriegt, der am Montagabend seine Barsche in Heidekrug unterm Preis ausbietet und am Dienstagnachmittag betrunken heimfährt. Der Ansassbaldschuss ist beinahe schon ein Herr, der mit den Deutschen Deutsch spricht wie ein Deutscher, der sich sein Glas Grock süßt wie ein Deutscher und der sich bei seinen Prozessen so gut zu verteidigen weiß, dass er die Anwaltskosten sparen kann. Er hat auch eine feine Frau genommen, der Ansassbaldschuss. Sie stammt aus Minge und ist die Tochter von dem reichen Jackstadt, dem die großen Haffwiesen gehören. Daß er die Indre-Jackstadt bekommen würde, hätte keiner geglaubt, denn um die rissen sich alle, und sie ging so blass und sanft an ihnen vorbei, als ob sie eine Sonnentochter gewesen wäre. Nun hat er sie aber und kann stolz auf sie sein. Sie hat ihm drei hübsche Kinder geboren, und sie sorgt für die Wirtschaft, als wäre sie mit der Leime der freundlichen Göttin im Bunde. Ihre Butter wird er von den Händlern schon weggerissen, wenn sie noch in der Milch steckt. Ihr Johannisbeerwein ist der kräftigste, weit und breit, und im Brautwinkel stehen seit vorigen Weihnachten zwei rote Plüschsessel. Man erzählt sich sogar, daß sie der kleinen Elske, wenn sie sieben Jahre alt sein wird, ein Klavier kaufen will. Und dabei geht sie noch ebenso sanft und blass ihres Wegs, wie sie es als Mädchen getötet haben. Sample complete. Ready to continue?